Ein Grund mehr, sich heute zu freuen, denn es geht los mit Folge 9. Neuvorstellung 1. Wir hätten da nur eine winzig kleine Frage. Haus der Erholung im Mönchengladbach, oder? Ja. Wisst ihr, wo das steht und was es damit aussieht? Zwei Fragen, drei Fragen. Tut mir leid, keine Zeit. Tschüss. Ciao. Ja, kommen wir direkt zu Neuvorstellung 2. Stadtheilige oder so ähnlich. Ja, ja. Ja. Ja, damit sind wir auch schon bei den Charts. Auf Platz 3 diese Woche, die ultimative Antwort auf alle Fragen. Mönchengladbach ist die einzige Stadt mit zwei. Weiß ich jetzt nicht. Ja, und zwei? Einfach raten. Köln? Auf Platz 2, unser sympathischer Familienmensch. Was ist das überhaupt? Mondwitzel, das war am Freitagabend. Das möchte ich nicht sehen. Ich möchte nur meine Frau und meine Kinder sehen und nichts anderes. Na gut. Und keine Politikerin, keine Merkel und so weiter. Und auf Platz 1, er hat spät gezündet, startet jetzt aber so richtig durch. Sneakyupi. Hier im Kino gehe ich immer Sneakyupi-Kino. Sneak? Ja, da machen die vorher auch so eine Moderation. Stimmen Sie auch diese Woche wieder bei Instagram für unsere Haul-of-Fail ab. Zweite Etage ist Kacke. Ha 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 ha.